ja hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video eine zweite schwarzwäsche auf die erste war auf mini 40 30 grad die zweite ist auf jene 40 grad da ist es jetzt ein mini video werden sie immer seht was hier so los ist und ich hoffe ihr hattet alle ein schönes weihnachtsfest ja die erste war eigentlich sehr 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 voll dafür ist die zweite nicht mehr so voll ja die ist jetzt nicht voll weil es ja nicht so schlimm wenn das normal ist eigentlich sammeln wir bis die maschine voll ist aber naja muss gewaschen werden unser wäschekopf war voll die beißen und ich wirklich nicht das war noch das war noch halb so viel das ist wirklich nur nicht viel aber okay dann vielen dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss